... Euer Einstieg! Der Mündete! Gut... Flugabwehrgeschütz! Alter! Ey, der kann sich da auch nur mit diesem Flugabwehrgeschütz wehren! Ey, die... Die sind nur am Campen! Panzer? Panzer! Das kann nicht wahr sein! Das kann echt nicht wahr sein! Das gibt's nicht! Shit! Scharfschütze, pass auf! Oben auf die Berge! Ja... Ey, hier! Knall mich doch ab, du kleiner Hurensohn! Entschuldigung! Und jetzt fängt das auch schon wieder an zu lacken an. Ey, ich weiß nicht, was mit meinem PC los ist! Munition! Gebt mir Munition! ... ... ... ... Alter, das kann nicht wahr sein, das gibt es nicht. Wo soll man sich denn bitte noch verstecken? Keine Ahnung. Von wo? T-90. Also sorry, da kann man sich nur aufregen. Ja, Rubschrauber brauchen wir auch für die Rubschrauber, woher ich mit der Panzerfaust gar nicht schießen kann. Die Teufels sind auch so nicht. Außer die sind direkt vor mir. Ich weiß ja nicht, was der damit bezwecken will, dass der die ganze Zeit unsere Helis zerschrottet, aber okay. Wer? Ach, irgendwie so einer aus unserem... Du siehst aber ganz schön verkabel aus, ne? Du bist schon gut am Qualen. Ja, ja. Aber ich konnte nur aussteigen. Ich weiß. Ach so, warst du mit im Heli? Ne, ich war hinter dir. Irgendwie habe ich hier gerade voll die Grafikfehler, ey. Naja, wir haben hier eh nur noch 400 Tickets, ey. Von wo? Wettnis tötet mich gleich eh wieder ein Panzer. Ja. So klar wie Klosbrühe. Entweder Panzer oder Scharfschützen. Oder der. Mö, ich bin auf, ne. Keine Angst. Tuchschrauber. Ach, jetzt fahren die sogar bis zu unserer Weih schon. Na wunderbar. Oh. Ich kann nicht schießen, nur du kannst schießen. Ich merke das schon. Ich bin ja schon auf dem Lübschrauber am Ballern. Ich versuche mal zur Art zu fliegen, aber wir werden schon wieder getroffen. Ich bin ausgestiegen. Okay. Alter, wie weit vom Ziel entfernt, ey. alschrank, ey. Telefon bleibt mal dran. Telefon bleibt mal dran. Telefon bleibt mal dran. Hallo, Lubasch hier. Guten Morgen, Serviette. Alles klar bei dir? Ja, ich hab gestern angerufen. Ich wollte fragen, ob du den Dienstag anfallst. Dafür bin ich jemanden mit dem Dienstag. Das ist der Zehnte. Okay. Okay. Schau mal. Gut, dann war ich nicht Bescheid. Ja. Scheiße. Ja. Na ja. 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 Na gut, dann ruft meine Zentrale an. Wie hilft euch meine Arme? Das ist so gut. Normalerweise sind wir immer so gut. Du dreckig. Ah. Ja, wir haben sonst noch nicht ein Punkt mit dem Thema. Ach. Das ist nicht schwierig. Dann rufe ich mal der zur Zeit. Ähm. Montag, Dienstag, Nacht. Ähm. Freitag, Samstag, Tag. Spielt ihr mit mir, ey? Äh. Panzer. Ne, weiter Samstag hab ich da gestiegen. Na, ich guck mal, ich hör mich mal nicht mehr zenthalten. Die ganze Zeit kreist er um mich rum und... Ah ne, Ostern heißt er, nicht als die Rufwut. Wann wo Ostern? Das ist so schön. Das ist so schön. Scheiße, Scheiße. Aber das ist halt so. Okay, Lubashi, dann wünsch ich dir noch schöne Ostern. Wir sehen uns dann. Bis dahin, tschüss. Schöne Ostern? Ja, da haben wir schon wieder A verloren. Schöne Ostern? Ja, in Russland haben sie heute Ostern. Ach so. Wo bist du denn hier? Da ist einer. Ich hab... Gott sei Dank. Da kommt, da steht aber noch einer von uns. Wo? Weiß ich nicht von wo aus. Auf jeden Fall wurde ich getroffen. Hat's sicher mich? Ne, noch nicht. Aber ich seh nur noch rot. Ach, ein Hubschrauber. Jaja, der kreist die ganzen... Jetzt bin ich tot. Ich auch. Der schon wieder. Ich krieg die alle nicht. Aber H ist eingenommen worden. Ja, nicht mehr lange. Bin schon da... Bin schon da... Scheiße. Zu spät. Ja, die können sich echt unter Mütze und sowas wehren, ey. Das kann echt nicht wahr sein, ey. Ach, kurz noch wieder. Nein, doch nicht. Ja. Ja, so viel dazu. Äh, 59 Mal schon. Ach du Scheiße. Ist 46 Mal. 100 Mal getroffen. Ich nehm' wieder Scharfschütze. Oder nehm' ich mal Pionier. Ich nehm' mal Pionier, aber dann diesmal mit dieser Lenkrakete. Die Map ist einfach viel zu groß. Und dazu kommt noch, dass das Spiel teilweise gut am Lacken ist. Wir haben hier mit dem Pantler zu tun. Wir haben hier mit dem Pantler zu tun. Flugabwehr geschützt, äh. Das gibt es nicht, das gibt es nicht, das gibt es nicht. Oh, was wird denn da eingenommen? Unsere Zeh. Nee. Wurde, wurde versucht. Ja. Meine Frau bleibt mal dran. Jo. Ja, meine Schätze, Maus. 61 Mal, ey, es ist doch. Mach mal langsam. Äh, ja. Die Anwerker hat gerade auch noch zu sehen. Boah. Sie kann nicht, die hat, äh. Ähm. Schatz. Ich guck mal, ob ich die mutter zwar an. Oh, Backe. Kommt noch draußen gleich jemand hin. Irgendwie mein Name ist gut, wenn nicht mal wieder läuft. Okay, schließt mich. Bis gleich. Tschüss. Ja, jetzt. Äh. 62 Mal. Was? Bin ich schon gestorben. Ja. Da sitzt der Schauschütze da oben. Wo ist der? Da unten. Da läuft einer. Regulations. Ja, Regulations. Sonst. Die scheint irgendwo. Da oben ist auch irgendwas. Geht doch, endlich hab ich mal wieder einen. Oh nein. Da waren zwei Scharfschützen, ne. Ja. Äh. Warum war der jetzt? Heli. Sonnepanzer. Ich wurde... Hä, doch nicht. Ich wurde vom... Ich wurde vom Scharfschützen erledigt. Na, lass mich doch mal hier hoch. Na, was wollte ich denn? Hier hoch. Kommt man nicht gut. Die haben mich hier festgeladen. Äh. 64 Mal mittlerweile. Keine Angst, ich saß direkt neben dir. Wurde aber von dem Scharfschützen abgeballert. Ja, ich auch. Und dahinter kommt noch ein Sagen hinter dem Scharfschützen. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das geht hier ab, ey. Ich hab noch gar nichts. So wie hinter dem anderen jetzt. Da ist er. Ja, er ist. Aber irgendjemand schießt auf uns. 68 Prozent. Irgendwo dahinten hinter dem Hügel müsste noch ein Scharfschützen sind. Alter, da steht einiges. Oh, was ist das? Ja, ich dachte. Das ist doch irgendwo. Scheiße, ich bin schon wieder tot. Oh, Mann. Ui, geh nochmal runter. Erst soll er hochgehen. Dann tut das nicht. Denn jetzt von wo? Ich steh hinterm Felsen! So, jetzt bin ich erstmal mit dem Panzer. Aber besetzt, leider. Ja, wie war die zweite Person? Ich geh auch mal erzählen, vielleicht nicht hier auch irgendwas für mich machen. Wir verlieren, kämpft Hertha, ja! Scheiße. Das ist doch stehen! Ja, das bist jetzt selber schuld. Ich hätte dich reparieren können, aber nein, du wolltest ja nicht. Scheiße, ich bin bei B angekommen gewesen. Ja, die sind immer in der Hügel, die Arschlöcher. Zu Fuß sind sie in der Hügel und die Panzer sind oben alle. Ja, ja, so in etwa. Da sinds noch. Wer läuft denn da mit? Ach, du bist das. Ich glaub aber hier oben rum. Ich glaub's unten, ich glaub' oben. Weil definitiv wieder irgendwas hier oben ist. Naja, könnte ich mir auch so denken. Oh, hier oben sitzen sie mit Sicherheit wieder. Oh, den Augenblick noch seh ich hier oben noch keinen. Also ich bin bei A. Ich glaub' mal hier oben, ob du irgendwo was bist, aber... Schein frei zu sein. Ich geh mal hier hinter dem Felsen-Entdeckung. Oh, ich mach das anders. Ich taue den Panzer. Tu das. Ist repariert? Gut. 12 E. Vorsicht, da kommt ein Jeep. Ich hab ihn gesehen. Ja. Jawoll! Er mich! Perfekt. Aber irgendeiner schießt auch nicht. Ja, der Panzer dahin. Ich muss raus. Hey! Ich stell' mich mal dahinter, Präsidien zu über Präsidien. Okay, ich mach' hier weg. Volltreffer. Ich hab' hier gerade gar nichts. Fahrzeug beschädigt. Nein, ich hab' keine Panzerfäuste mehr. Hier ist ein Medikit. Ich brauch' Muni. Ich hab' keine Muni. Scheiße. Ich bin hier drüben festgenagelt. Doch, da sind Panzer. Wo? Überall. Ja, auf der B hinten besonders. Ja. Ich könnt' mir gut vorstellen, dass ich gleich wieder dort...